Grüezi miteinander, Gregory Jemaili von Leve Stark hier. Unsere Passion ist die Wissenschaft von Krafttraining und Ernährung. Und wir glauben, dass du mit angewandtem Wissen ein gutes Selbstwertgefühl, eine Leistungsverbesserung und einen ästhetischen Körper erreichen kannst. Ich habe vor ca. 8 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und arbeite heute als Personal Trainer in meinem eigenen Studio. Auf unserem YouTube-Channel poste ich 2x pro Woche Videos über das Thema Fitness und Ernährung, weil ich einfach nicht aufhören kann darüber zu reden. Egal ob in meiner Arbeit als Personal Trainer oder auf unserem YouTube-Channel, die Mission bleibt dieselbe, anderen Menschen zu helfen. Die Wissenschaft um das Thema Fitness und Ernährung ist vielfältig, aber manchmal auch verwirrend. Wir wollen deshalb eine Unterstützung für dich sein, wenn es darum geht, Klarheit zu schaffen, motiviert zu werden und eine dauerhafte und echte Veränderung zu erleben. Wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Fitness und Ernährung hast, dann schreib uns eine E-Mail, ruf an oder verbinde dich mit uns auf unserem Social Media. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein Bild darüber verschaffen, für was Leve Stark eigentlich steht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du wissen möchtest, wie wir unser Gym aufgebaut haben, dann klick die Playlist hier. Mehr Videos zu Leve Stark findest du hier. Bis zum nächsten Mal. Peace out.